Guten Morgen Leute, willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town. Heute mit Granz, Jay, Fiss, Kundran, Dalu, Jay, Juli, Maxi und Tautau. Hallo. Du hast aus dem TS vorgelesen. Nee, hast du gar nicht, du hast alphabetisch vorgelesen. Nee, ich kann mich auch nicht einleiten. Ja, alphabetisch. Am Ende, am Ende war das. Auswendig hat er das vorgelesen. A, B, C, D, I. Er hat zuerst an mich gedacht. Ich hab zwei Mal gesehen, Leute, ich kann nicht alphabetisch gesagt haben. Nein, wer wäre jetzt Ladies first? Das Weg hat er zuerst gesagt. Hau ab, jetzt bin ich doch wieder kellen. Nein, will ich nicht. Ist klar. Ach shit, ich bin zuerst. Deine Waffe kannst du mich hier nicht erschießen, von daher versuchst du jetzt gar nicht. Das hat gesagt, ich kann mich da erschießen. Dann nehme ich die Glock, damit kann ich... Schon besser. Random Tester. Aber er hat nicht Gaben gecallt vorher. Ich bin blau, du kannst mir nicht... Ich bin blau, du kannst mir nicht... Werf mal ne Disco rüber. Ist wirklich ne Disco? Du bist da einfach rübergegangen. Ja, aber da war ne Disco neben dir. Warum kommt hier der Vote nicht? Ja, es ist halt Buggy gewesen. Also Kundran hat sowas von eingekauft in der Ecke. Bin hier gerade hingelaufen. Warum sollte man da hinlaufen? Das bockt jeder. Nee, weil man da in Ruhe schocken kann. Ich kann mich auch noch mal hinstellen. Der Detective. Und der Traitor kann's kontern. Kauft das Echte und der Traitor kann das auch. Genau, wenn der Dete es kauft, ist es wahr. Wenn die Traitors kaufen, ist es gelogen. Julie ist noch da. Übrigens, Kundran bitte sehr verdächtig. McFly ist safe. Ja, Dete, komm mal ran. Einer, der gerade oben auf dem Dach war, müsste Traitor sein. Blitz, Kundran, Julie. Die scheiße schon wieder. Komm Jay, die holen wir uns. Keine Dänen, oh. Hinter dir, hinter dir. Hä? Shit. Nein, nein. War ich nicht schon richtig getroffen, Kundran. Oh nein. Ja, aber nee, ich hatte das davor von Maxi. Oh, wird geblitzt, Leute. Oh shit. Das war die Tür. Oh, Julie, richtig gut gepunktet heute. Aber gekauft hatte ich da hinten nicht. Ich bin ja wirklich einfach nur kurz hingelaufen. Bei mir läuft. Wenn man auf Maxi jetzt über die Tür stürzt. Entschuldigung zum Eskalieren. Die Map ist einfach so klein, wo soll ich sonst hinlaufen? Wenn ich geblitzt werde, darf ich mich auch wehren, ne? Klar, du könntest auch, selbst wenn du als Inno geblitzt bist, dürftest du trotzdem Gänseinschießen. Alle killen, ne? Bringt halt nicht immer so viel, weil du wahrscheinlich gänst, dass so andere Inno-Skills sehr hoch ist. Also du kannst dich ja auch entscheiden, dich nicht zu wehren, aber da bleibt ja nicht der Spaß. Man will ja schießen. Punkte nicht auf Spaß. Du kriegst ja keine Punkte dafür, dass du Inno-Skills. Dann spielen wir jetzt, weil Jada ist extra auf Punkte. Ja, ich hab schon zwei Minuten dran. Ja, also wir können auch so abpfeifen jetzt. Ab die meisten Punkte, es ist klar. Wir hören erst auf, wenn Julie im positiven Bereich ist, ey. Ja, ist klar. Oh, das Spiel. Wir werden aber lange noch spielen. Chili, incoming. Im Pro-richtigen Blitz gibt's doch noch extra Punkte. Hey, Grants, ey. Warst du spät zum Schubsen, oder? Bin aber Dete, ey. Ja, und? Hättet ihr trotzdem geschubsen, ey. Nils versucht das auch, ey. Chupsi-Schups. Chupsi-Schupsi-Schups. Ich und mein Schubs. Ich und mein Schubs. Darf ich in meinen Ruhigen shoppen, bitte? Ich wollte gerade sagen, ich hab nur eine Hand gesehen, die da was um die Ecke gehalten hat. Ich dachte schon, das wäre ein Jetwinger. Ich und mein Salz. Heute war ich beim Bowling und da wurde ich und mein Hals. Ich hab die Fotos bei Facebook gesehen. Was? Also, Dalu. Dalu freit zum Abschuss. Und ich lebe. Ich lebe auch, weil ich außerhalb der Mäcke gesprungen habe. Dalu freit zum Abschuss. Guck mal, hier drüben. Warte, wo ist er? Links von dir. Warte, ich muss Dalu abschießen, ich sehe ihn. Haben schon. Okay. Oh, wow. Er ist wieder gespawren, er ist wieder gespawren, er ist wieder gespawren. Tötet ihn, Leute, ich brauch Credits. Bin's nicht, Jay. Ich muss hier wegführen. Ja, da hinten schlafen wir noch die ganze Zeit. Da läuft er. Wer ist denn der andere? Ich glaub, Kondran. Echt jetzt? Wie macht man das nochmal mit der Konsole? Kill? Einfach nur Kill einheben. Ich warte noch, ob ich noch den Skripte. Du was kriegst. Ob ich noch Credits kriege. Läuft da oben. Jay. Läuft da losfliegen. Wohl, halt. Ach, der andere. Schade, mach er nicht weiter. Scheiß Waffen hier. Er schießt. Nicht schießen. Die ist Echo. Was war das für ein Schuss? Da dreht er sich um und... Die Waffe ist die beste im Spiel. Hey, Tauter. Ich glaub, ich hab keine Waffe. Nein, ich hab keine Waffe. Okay. Okay. Okay, die Map. Ich hab vergessen, dass die Superdisco hier verpackt ist. Guck mal, ich konnte von hier auch noch Leute abwälder. Ich hab's nur liga da. Ah, die 1-8 ins Gesicht. Ja, vor allem eigentlich fühl's ich dir vor. ins Gesicht, ey. Beziehungsweise in den Hinterkopf schieß ich dir. Interessiert dich nicht. Schreibst du an, McFly? Hast du die ganze Zeit versucht zu schießen, Kunra? Ja, ich hab auch... Julia hat dich schon getroffen, aber die hat nix gesagt. Die Superdisco schon scharf gemacht und dann habt ihr mich da oben geblockt. Dann muss ich sie wegschieben. Na, Kork blocken hier. Ah. Ah. Letzte Grandside. Kletter da hoch und stirb. Ey, fett. Zierig. Ja, wenn's schon da, wenn's schon da. Ich noch. Fisk ist es. Ja, okay. Bereits zum Abschluss. So, wollen wir noch mal so ne 400%-Runde? Ja. Jeder 300 HP. Ey, Fisk ist grad einfach tot auf'm Kopf gesprungen. Das war geplant. Dann kann J-Titan-Runde. Was? Alle sind Oli Kahn. Oh, okay. Du kannst nur mit Bananen werfen. Oli Kahn ist doch krass. Jeder wollte hier den Sitz machen, aber keiner hat sich getraut. Das nennt sich Random Event, ja? Nur Bananenbombe ist erlaubt bei dem Oli Kahn-Event. Jeder kriegt eine. Das wär geil. Hier gibt man ganz viele Runde Bananen drin. Hier, Game Freak, wir brauchen das Oli Kahn-Random-Event. Jeder kriegt ne Bananenbombe. Und das muss der Spruch von Kahn kommen. Eier, wir brauchen ne Eier. Wir brauchen mehr Eier. Eiern werfen. Genau, dann eine Super-Disco und eine Bananenbombe. Hey, jetzt ist kein Holz mehr da. Oder jetzt kriegt jeder das Hühnerei. Hä? Gelbe vom Ei. Ja, da kannst du dich mit heilen immer noch. Ja, aber das benutzt auch keine Sau. Das ist doch nicht mal Teil der Meta. Also, es ist nicht der Meta-Score, es ist nicht top. Was ist das da, Grant? Das ist ne Silence, Junge. Aber ich verliere. Nein, 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 ich verliere immer noch. Nein, nein. Der hat doch bestimmt gekauft. Nein, was ist hier los? Jeder hat mir, wer ist weg? Oh, Mann. Oh, Granz. Ich wollte dir helfen. Da will man wen abballern und dann wird man von hinten angeschossen. Aber wenn der Neger von hoch... Furchtbar, ey. Ja stimmt, du bist halt nicht so schnell gestorben, weil du 300 Leben hattest. Ich dachte schon, wie kann das sein? Ja, ich hoffe euch, Mann. Er holt ja die Silent-Sniper vor mir. Ich stehe mit den 300. 300? Das ist Sparta hier, Juli, ey. Ach, Alter. Merk's. Halsch kalt. Ne Plasma, Junge, ey. Du blubst. Das ist keine Plasma. Ab welcher Sekunde? Jetzt hier, jetzt ist gut. Okay. Nein. Nein, nein. Ich dachte, weil wir Tautor da eingeschmiert haben. Ich bin denen, Juli. Wenn du schießt mich ab, dann gibt's Ärger. Das hab ich gar nicht vor. Warum nicht? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Einer hat McFly angeschossen. Und zwar aus dem Haus in der Mitte. Aus dem Hause Mitte. Das war Fisk oder der, der grad rausgerannt ist. Fisk ist mir grad rausgerannt. Die war so angezeigt. Lust, mein Bildschirm ist nicht mehr rot geworden. Das war so, hä? Ich guck noch im Leben. Wieso sagt der das? Bei Traitern gibt's immer so paar Bugs. Jetzt sag ich euch jetzt mal mein Fahrrad. Keine Pistole. Ich will die Pistole ab. Was? War das safe, dass Maxi aus dem Haus ausgeschlossen ist? McFly wurde angeschossen. Also entweder Fisk oder ich, das ist safe. Nee, dass McFly angeschossen wurde, ist safe. Achso. Dann ist McFly eigentlich safe damit. Nein. Kann ja auch wieder irgendein random Dude gewesen sein, wie du. Sie kann doch nur mal schubsen. Ich wollte grad sagen, wie Prince ist normal, was sie gerne macht. Aber wenn ich jetzt schon sage, dann ist er ja safe. Du musst mit der Crowbar. Das ist ja der Crowbar, der Schubs, nicht der Pneetostick. Nicht die Profi. Intervention. Oh Gott. Oh Gott, ich geh in die Bar. Ducken. Jay macht Platz. Hi. Tau Tau. Tau Tau ist frei zum Abschuss. Auf dem Zug. Auf dem Zug. Auf dem Zug hinten drin. Oh. Hey! Wir haben ja einen Boomerang mit vorbeigeworfen, Jay. Nils oder McFly. Vorsicht, denkt dran. Dann war es McFly. Einer hat ja gerade einen Boomerang an uns vorbeigeschwissen. Den liegt sogar dahinter. Blackfly. Ich hab kein Monat tot. Revolver! Ist doch oben. Na ja. Wood McFly hat sich nicht random angeschossen. Ja, schon wieder. Wiegt die Fossen? Du bist nach hinten geflogen. Wer hat nicht zwei random angeschossen? Ich glaub, ich hab mir selber mit Prognügen-Schaden zugefügt. Nee, es kam so ein Revolver-Schuss. Das ist ein Fake-Diegel. Mensch, kann man noch mal lernen. Ich hab noch nicht aufgefallen, bevor du nichts gesagt hast, weil nichts wurde rot. Das war so, hä? Ich hab noch das Gefühl, ich werd immer geschockt. Stopp, Schubsing! Geschockt, schubsing! Hey, ich brauch das Holz. Ich komm sonst nicht hoch. Das kann man voll weg. Ah, fah! Katapultieren. Hier so. Hui! Das Beste, was du hier auf der Map findest, ist eine Acken. Komm jetzt der Nächste, der Nächste. Lass die Tasse. Hui! Komm jetzt. Da kommt doch, stimmt wer. Irgendwann muss... Hier muss einer hochkommen. Ja, jetzt wird einer hochkommen. Alles gut. Oh! Da kommt wer. Wie er nie mal gekuckt hat. Was? Na ja, ey. Dafür verprügel ich ihn. Okay, high five. Ey, nicht hauen! Äh, der will jetzt high five. Ich hab ihn gehauen. Oh mein Gott, der hat mich auch gehauen. Alter, er hat viel zu viel Leben verloren. Grinz! Ja, weil er mich hauen. Du hast mich gehauen! Dardo hat Fisk... Ich hab nicht geschossen, das war ein Silent Sniper. Nein, Dardo hat Fisk getötet. Hey, wir wurden alles getötet. Nein, wir wurden alles getötet. Nein, wir wurden alles getötet. Au, ey, warum schießt Nils denn? Nils ist es. Du, 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 du. Also, Grenz und Dardo wieder. Hä? Mit welcher Begrinung ich mich wieder? Hä? Kundran, Jey, Jey schießt auf mich, Leute. Es muss Jey sein. Bullshit, Alter. Leute, Jey schießt. Wo ist denn Dalu? Der ist Dalu. Hau, hau, ringel, bitte. Unten vom Haus. Hä? Ist Jey? Jey ist es. Er hat mich vergiftet. Bullshit. Ich bin's nicht. Ich schieß... Ich hab sie nicht gekillt. Es war doch Kundran, ich hab mich verlesen. Okay, Dalu. Dalu geht gerade ins Haus rein. Lass uns doch nicht so fertig machen, Leute. Wenn Grenz und Dalu so eine Nummer abziehen, sind sie es. Das war so eine typische Dalu-Grenz-Aktion. Ja. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben Fisk gemacht. Ja, wir haben Fisk gemacht. Wir haben Fisk gemacht. Wir dürfen nochmal Fisk zusammenschauen. Ja, ist ja auch ein Fisk. Dafür ist mal die Gamescom da. Hier ist das nicht so. Ja, weil er war ja nicht da. Ich hab bald damit gegeben, ey. Was wird auf der Gamescom gemacht? Bist du als Kundran rumgelaufen? Nein. Oh. Da freut Jilly sich schon drauf. Nein. Das war ein mitleidiges. Er ist wieder hier. Los. Der da, der kommt. Die war für mich, die war für mich. Nein, ich hab nicht. Ja, so. Er ist geflohen. Kriegst du gleich davon schon mal. Nee, ich bin einfach durch die Warte. Nein, nein. Das ist schon gut, schon gut. Ui. Du willst mich gleich erschießen? Er ist schwer geworfen. Ich hab dich doch nicht. Nein. Oh, jetzt wirst du es bestimmt. Das ist keine gute Leiter, weil du hier so eine Treppe hast. Das wäre ganz schön ärgerlich, wenn ich es jetzt lerne. Ja, das wäre sehr ärgerlich. Aua. Irgendwann kriegst du irgendwen, Maxi. Und wie wirfst du die so? Einfach mit dem Magnetostick? Du musst von einem Ende mit dem Magnetostick einfach anfassen und dann kaputieren sie sich weg irgendwie. Und damit kannst du die, das ist ein Popkill unter mir. Ja, da kriegst du Kundran. Da hat Jada mit ziemlich viel Schaden zugefügt aus der See. Ja, nee. Brans, Duell? Dann war er tot. Oh, da ist einer. Wer war das da oben? Einer. Das war Tautau sogar, oder? Das war nicht mal da oben. Fisk. Hier ist ein Errorzeichen durch die Decke gekloppt. Irgendwas ist hier im zweiten Stock los. Ja, Fisk ist es. Die Party geht im zweiten Stock. Errorzeichen? Dieser schießt für mich an. Der ist behindert. Tautau hat sich eigentlich behindert. Alter, was kommt da alles auf dem Weg? Heilige. Wir gehen im Deathring an. Heilige? Ich werde von Dalu verfolgt. Dalu hat auch halb... Ah! Kann man hier nicht lang? Ja, ich habe Dalu beobachtet. Ich habe mich eingeholt. Abkürzung genommen, Rance. Kann man da rüber? Ah! Eingeholt. Kann man da nicht rüber? Nein. Eier. Einer hat die Eier. Ja, schön. Hey, der J läuft hier rum. Ich bin da. So still und stumm. Killt das Niveau wieder. Es war zu hoch, weißt du? Schubskreis. Hast du auf mich geschossen, Grintz? Schubsischusss. Ich habe auf gar niemanden geschossen. Auf gar niemanden? Ich laufe hier rüber und ich komme heil an. Ich habe noch nicht mal jemanden gesehen, außer Dalu. Dalu, warum bist du so höher? Ey, mich aber runter. Was machst du da? Wie sagst du keine Waffe? Ich habe das Ding aufschießen. Ey, warum ist Fisk hier so hurt? Ah! Ich fliege gleich runter, ey. Das ist gar nicht safe hier. Was ist das? Nein, ich habe einen Schneeball abbekommen. Grintz ist es. Wieso nicht? Auf jeden Fall. Ich bin gleich Frosty, der Snowman. Du bist unter der Treppe. Ich habe dich noch. Oder er war es wieder. Er weiß nicht. Also seine Leiche ist hier. Frosty, der Snowman. Das ist unten im Haus. Habt ihr ihn jetzt? Oh, Alter. Oh, ne, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich nett. JJ hat einen Schwingerfinger. JJ? Sorry. Er ist nicht wieder gespawnt. Er zog den Trigger. Ach, das ist ja dieser Schneeballscheiß. Da wandelt man sich irgendwann nach einer Zeit, ne? Also wenn du Weihnachtsmusik hörst, passt, du bist im Arsch. Dein Inneres kommt nach außen. Dann bist du ein Schneemann. Du müsstest sagen, Dalu ist ein innerlich ein Schneemann und Frostiger. Warum ist Dalu eigentlich schon wieder so ruhig? Weil Dalu der Schneemann ist. Dalu ist der Schneemann hier. Dalu, der Schneemann. Ich habe bald schon Weihnachten. Bald. Hm. Fisk. Naja, wenn du liest, wird es näher, als würde man jetzt aufnehmen. Ja. Der Stuhl lebt, oder was? Der lebt. Ja, von Grans wahrscheinlich. Der Pull der Geist. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Kann ich nicht aufheben? Ries, hat die die Märtyre gestreift, oder wie? Also Judy hat mit auf Grans geschossen. Mhm. Ries, hier spukt. Maxis, hilf. Was wäre noch mit Ries? Ries, das muss Jay gewesen sein. Jay ist in den Augenlaufen. Kämpfe gegen Möbel, ich kenne es gerade nicht. Und stellt das Haus. Heuchert ihn aus. Ich bin es nicht. Vorsicht, der hat einen Bumerang gehabt. Er ist oben im zweiten, äh, ersten Stock. Nein. Jay, du bist es, du hast mich gerade getötet, Barbara. Was? Nein, das ist ein Hügel. Barbara, ich bin D. Oh, was? Oh, was? Eine Runde machen wir noch. Oh, der Frosty. Frosty. Ich finde es so lange, wenn wir Zeit dafür. Ja, ich dachte langsam, wir sind da geschneit. Weihnachtsmebs kommen bald wieder. Ja. Wir hatten zu Halloween doch schon eine Weihnachtsmebs. Wir waren ganz allein. Ja, aber das war eine Horror-Map. Da waren überall Zombies. Und da wurde alles ausgeraubt. Halloween-Zombies. An Weihnachten. Weihnachtsmaps gibt es eigentlich ganz vieles. Weihnachtsschwimmbad, Weihnachtsbowling. Oh, ja. Bowling gefällt mir. Die Weihnachtsläden-Ausraubaktion. Alles mit dem Prädikat verbesserte Spielerlebnis. Nee, verbesserte Spielerlebnis ist der Scary Tower. Nee, das ist der Weihnachtstower von, äh, nee, der weihnachtliche Leuchtturm. Der hatte doch das verbesserte Spiel. Nein, nein, das verbesserte Spielerlebnis ist ganz on the map, Junge. Das ist Quatsch. Junge. Junge. Das ist genau wie das mit der Musik. Grants, du weißt, dass das ein anderer Leuchtturm ist. Ja, nein. Oh nein. Ich hab's ja auch gesagt. Nein. Ah, let's. Wieso schießt du denn? Juli rastet doch voll aus. Will das nicht. Du hast doch keine Waffe mehr, Juli. Ich wollte gerade sagen, wenn du leerst, ist sie leer. Du, du kannst danach keine Waffe mehr haben. Ich weiß. Ich bin auch gern so oben. Bobby Jay. Der hat nämlich auch keine mehr. Ich will das Ding jetzt eigentlich auch nach Punkten. Nee, der hat keine Waffe mehr. Der hat seine weggeworft. Handkraft, oder? Tau, Tau ist es. Tau, Tau hat gerade Grants mit nem Boomerang weggemacht. Und Kunrat sagt nix dazu. Wo? Ist das sicher, Maxi? Ja. Ja, wo? In deinem Haus. Oh Gott, ich muss hier raus. Okay, gut. Nice. Juli hat Jay gekillt, glaube ich. Aber er ist wiederbelebt. Er wurde wiederbelebt. Ich hab's doch keine Waffe mehr. Juli. Wir gehen jetzt rein, alle. Der hat mich parcours. Da schießt noch einer. Das war meiner. Ich weiß gar nicht weitergeschossen, aber das war mein Kill. Fisk, lass ihn in Ruhe. Juli ist die andere. Ja. Gut, wo soll die sein? Wieso? Wieso ist es auch? Au. Fisk. Gibst dir gleich eine mit. Okay, Kunrat ist gerade verreckt. Von da, oder? Nein, oben vom Haus. Hinter dir, gay hoch. Gay hoch. Gay hoch, ey. Das ist doch keiner. Ich gayt dir gleich. Ja, wie gayt man hoch. Nils wollte sich bei mir entschuldigen. Hat er gesagt. Nein. Leute, hört es euch gefallen. Lasst ein Like, da schaut bei Herrn vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.